In der weißen Hose, das ist Luzuka, 28 Jahre alt. Bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren. Und in der schwarzen Hose, das ist er, Frank Bruno. Damals... 21 Jahre alt. 22 Jahre alt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bruno treibt. Er sucht immer eine Möglichkeit für seine schwere rechte Hand. Aber auch in der linken Sitz tampf, wenn gleich der saire Boxer durch schnelle Beine versucht, das Ärgste zu vermeiden. Er war mitgenommen. Frank Bruno, in England geboren, in Hammersmith. Der Kampf wird ungleich. Er macht noch mal weiter, aber... Ah nein, da war die Runde zu Ende. Und dann noch mal. Der erste Niederschlag, eine schwere rechte Hand oben hin. Also, der wurde schon deutlich... Jetzt kommen noch mal die Rechte, was hinter diesem Fang Bruno steckt. Der wurde dann später, 1985, Europameister. Also drei Jahre später. Und jetzt die zweite Runde. Die Runde. Die Runde. Die Runde. Die Runde. Ja, das war es dann. K.O. Sieger in der zweiten Runde nach 45 Sekunden der zweiten Runde. Frank Bruno. Frank Bruno.